Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Einem neuen Bericht zufolge wurde der Kampf Alexander gegen Fury am Samstagabend von sehr, sehr vielen Menschen illegal gestreamt. Ja, und es wurde ein genauer Bericht dazu verfasst. Die Zahlen sind wirklich erschreckend. Kleine Info am Rande, wenn ihr Bock habt, auch Boxen in Bezug auf die Fame-Fighting-Jungs zu schauen, auf die Reality-Stars, dann checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Diese Woche ist es soweit und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Am vergangenen Wochenende kämpften nämlich Usyk und Fury um den Titel des unangefochtenen Box-Champions Undisputed im Schwergewicht. Am Ende war es Usyk, der sich zum King erklären konnte per Split-Decision. Es war umstritten, aber Usyk hat für viele klar gewonnen. Auf der anderen Seite haben viele Fury auch als Gewinner gesehen. Deshalb wird das Rematch zwischen den beiden auch stattfinden. Frank Warren, der Promoter von Fury, hat bereits bestätigt, dass Fury bereit ist, die Terms anzunehmen und im Oktober direkt wieder das Rematch zu starten für Oleksandr Usyk. Das bedeutet, dass wir dann zeitnah wieder einen sehr, sehr nicen Kampf sehen werden. Wie sich viele vorstellen können, lief es nicht so, wie Fury wollte und auch nicht so, wie viele Streaming-Plattformen wollten. Denn eine Analyse wurde natürlich festgestellt. Usyk's Sieg im Schwergewicht gegen Fury wurde von insgesamt mehr als 20 Millionen Menschen über illegale Streams verfolgt, was die Inhaber der TV-Rechte rund 95 Millionen Pfund an entgegenden Einnahmen kostete. Eine Analyse, die von der Online-Intelligence-Firma Yieldsack für Malesport durchgeführt wurde, hat Beweise für mehr als 2000 verschiedene Streaming-Standorte aufgedeckt, die den Kampf aus Riyadh übertragen haben, wobei 18 Prozent der illegalen Zuschauer dies aus Großbritannien taten. Sky Sports, TNT Sport und DAZN haben die Rechte für die Übertragung des ersten unangefochtenen Titelkampfs im Schwergewicht für 25 Pfund auf ihren Pay-Per-View Kanälen verkauft. In Deutschland waren es wie gesagt 25 Euro, aber Millionen von Boxfans haben sich trotz dessen dafür entschieden, die Gebühr nicht zu zahlen und den Kampf stattdessen illegal zu streamen. Viele dieser Leute, die das getan haben, werden jetzt wahrscheinlich Post bekommen, weil deutlich mit dem Budget was natürlich auch aus Saudi-Arabien kommt, die Leute und die Plattform jetzt die Mittel haben, sowas vielleicht zu verfolgen. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Dem Bericht zufolge stammten 45 Prozent der illegalen Zuschauer über diese Streaming-Dienste aus Europa während diese Zahl in Nordamerika auf 25 Prozent und in Asien auf 16 Prozent zurückgehen. Unabhängig davon, wie man es betrachtet, wird dies ein ziemlich großer Schlag für die Verantwortlichen sein, die dies ausgeübt haben. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Lasst ein Like und Abo daumen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei No Time in May.